Der Tag des offenen Denkmals wartete in Trier diesmal mit einigen exklusiven Angeboten auf. So war erstmals die Crypto-Porty-Kurs neben der Konstantin-Basilika zu besichtigen. Die erhaltene Kellergalerie war im späten ersten Jahrhundert gebaut worden. Und der Andrang war immens. Zwei Dutzend statt der ursprünglich vorgesehenen fünf Führungen leiteten Landesmuseumsarchäologe Joachim Hupe und Uni-Professor Klaus-Peter Goetert im fliegenden Wechsel. Rund 800 Geschichtsinteressierte bestaunten eines der ältesten Gemäuer Triers. Das gibt Rätsel auf. So ist unklar, ob die Crypto-Porty-Kurs einst zu einer prachtvollen Villa oder zum Palast des römischen Stadthalters in Trier gehörte. Auch das Herrenbrünchen erlebte einen Besucheransturm. Hier, im Stadtteil Halligkreuz, liegen die Wurzeln der Trierer Wasserversorgung. Dort, wo sich vor 1900 Jahren ein monumentaler römischer Tempel erhob, entstand im 15. Jahrhundert ein mittelalterliches Brunnenhaus. Dort zogen sich die Trierer Ratsherren gerne zurück, um ungestört zu sein. Davon zeugen heute prachtvolle Wappentafeln, die Herrenbrünnchen-Spezialist Günther Molz erläuterte. Der Rat, der also sehr stolz auf diese kommunalpolitische Leistung gewesen ist, der hat sich dann auch für die Nachwelt hier verebigt. Während wir das heute mit einigen Dokumenten tun, ist das damals in dieser steinernen Form gemacht worden. Und das hat also einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen, das Recht hier für unsere Zeit, die wir ja diesen Wappenschmuck nicht mehr kennen. Die Barbara-Thermen erwiesen sich ebenfalls als Magnet. Das Gelände mit den Überresten des gigantischen Wellnesszentrums ist seit Jahren wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Führungsangebote zum Denkmaltag nahmen mehr als 300 Geschichtsinteressierte wahr. Der Denkmaltag 2009 findet am Sonntag, den 13. September statt.